so komm her, nein, 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 nein ja, dem Gegner, also sollen wir sozusagen nicht genau, den sollen wir jetzt da liegen lassen und den können wir so nicht kaputt hauen komm schon und zack oh Gott oh nein, macht den wieder auf die Kacke oh mein Gott, der macht ja echt nur Scheiße oh, geht kaputt ja, die Stelle ist auch ein bisschen assi man muss ja aufpassen, weil hier bewegt sich auch alles und wenn man da irgendwo zwischendrinne hängt, hat man ein Problem ich habe jetzt ein Problem, weil die Arbeit der Gegner sind ja, ich denke, der macht ja auch viel Scheiße wie ist die Erkcmache ich würde nicht sagen, was ist die Erkcmache es ist auch nicht mehr ja, da können wir das nicht mehr Man muss ihn sogar lenken. Ja, das weiß ich nicht von dort. Hey, ich hab damals mich nicht gelenkt. Also während du in der Luft bist, musst du selber noch lenken. Und wenn du es nicht machst, fliegst du davon. Man muss nämlich genau auf die Kiste zusteuern. So, wir sind jetzt hier in der Wüste. Kapitel 18. Die Rupalkan. Und so wie das aussieht, da hinten ist nämlich das Fakt und wir landen jetzt hier. Und wir kommen immer näher dem Boden. Mitten in der Wüste hast du das Flugzeug abstürzen lassen. Und wir gehen jetzt selbst, mein Freund. Wow. Schrecklich nach. Grünes Bild. Großartig. Dann mal los. Ja, jetzt sind wir hier mitten in der Wüste. Wir müssen nur und halt, ja, was man hier viel machen muss, muss ich hier gerade nicht. Also, ein bisschen mit Drake laufen, mehr auch nicht. Und wir müssen eigentlich den Rand da verfolgen. Upsala. Mehr aber auch nicht. Nicht schlecht, eine schöne Wüstenlandschaft. Und, Drake, du weißt nicht, wohin. Kann das sein? Selbst ich weiß es nicht. Ich lenke jetzt einfach nur irgendwo hin. Bis er sagt, das ist okay. Na ja. Aber wie war das? Alles, was Drake anfasst, geht kaputt. So, nächstes Kapitel. Das andere haben wir wohl geschafft, wa? Und da hinten scheint irgendwas zu sein. Diese Waffe haben wir auch. Ich hasse Sand. Tja. Das hast du dir ausgesucht, nicht ich, mein Freund. Okay. So heiß. Boah, ich würde mir das echt die Hölle vorstellen, da in der Wüste. Und man hat nix, nix zu trinken, rein gar nix da. Anbrunnen, 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 anbrunnen. Bevor, bevor wir den Brunnen machen. Warum wird das andere kaputt? Selbst in der Wüste finden wir einen Scherz. Okay, nur her damit. Egal, ob kalt oder warm. Verdammt. Nächst. Es muss ein Scherz sein. So, gehen wir einfach mal da hin. Ist jetzt aber ziemlich rot. Ach so. Ah, fängt an, zu dunkeln. Okay. Wo bist du, Sally? Wo bist du? Ja, weh in Wiking jetzt. Ah, komm schon, ey. Okay, da? Da ist Orion. Da ist der große Wagen. Mist. Komm, genau. Wir vor. Wir gehen einfach zum Mond. Vielleicht sagt der, der richtige Richtung. So, Tag Nummer zwei. Wir haben jetzt einen Tag und eine Nacht da jetzt vorgebracht. Und wer ist da hinten? Sally. Mit mir redest du. Bin ich hier scherft. Da hinten winkt jemand. Und der... Oh. Sally. Danke. Palme. Und Wasser, oder was? Du weißt, dass ich das richtig... Na, das würde ich mal... Ihr mal sagen, dass das hier ein Dings ist, ne? Ein Hologam? Ne, wie sagt man? Pater Morgana genauso. Immer weiter. Immer weiter. Welche Wurzeln klammern hier? Welche Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Moment mal. Menschensohn, du weißt es nicht, er rätst es nicht. Denn du kennst nur Bruchstücke von Bildern. Der Bruch? Wo die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet. Die Grille keine Erlösung und der trockene Stein kein Rauschen des Wassers. Verdammt, ich laufe hier im Kreis. Mist! Okay, wir sind wieder beim gleichen Grund gelandet. Nur dieser rote Felsen bietet Schatten. Komm in den Schatten unter dem roten Felsen. Und ich zeige dir etwas anderes als den Schatten, der dir des Morgens folgt oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Handvoll Staub. Nacht Nummer Zwei. So, er hat jetzt zwei Tage, zwei Nächte. Also zwei Tage inzwischen. Würde das so ein normaler Mensch oder Leben ohne was zu trinken? Stimmt, nachts ist die Wüste wohl sauerkalt. Naid! Naid! Sorry. Naid! Sorry. Wach auf. Hilf mir. Komm schon. Los, deine Hand. Ich habe dich nicht mehr gezocht. Ich habe dich gezocht. Ich weiß nicht wie lange ich schon hier bin. Ich glaube ich. Sorry. Sorry. Oha, oha. Nächster Tag ist angebrochen. Wir sind immer noch in der Wüste. Nicht gut, nicht gut. Gehen wir einfach auf den Berg drauf zu. Okay. Ich bin hier. Sorry. Ich komme, Sally. Best geschafft. Was ist dein Glück? Es ist dein Dacht. Ja, nach fast drei Tagen. Ja, außer es wieder eine Vater Morgana, also. Ich muss aber echt Glück hoffen. Dass es nicht wieder der gleiche Fall ist. Sieht aber sehr verlassen aus. Nein. Kapitel 19. Die Siedlung. Ab hier. Würde ich sagen. Sehen wir es im nächsten Teil.